Ich bin natürlich sehr, sehr stolz über diese Zusammenarbeit mit der Firma JOKA. Diese ist im Sommer entstanden. Wir waren auf einer Veranstaltung für die Björn-Schulz-Stiftung und dort sind wir ins Gespräch gekommen und so hat sich das Ganze ergeben und ich freue mich natürlich auch sehr darüber und möchte an dieser Stelle alle grüßen und danke sehr.